So, hallo zu meinem Video. Heute schauen wir uns mal fern, also wir werden jetzt mal fremd schauen. Und zwar, wir suchen jetzt in einer virtuellen Umgebung Ubuntu Mint oder Linux Mint. Und ich selber benutze ja hier mein Host-System. Ich zeige es euch mal. Systemüberwachung und da sehen wir eben mein System. System, ich habe hier Ubuntu und zwar die Version, wie ihr sehen könnt, 12.04. Also ich habe noch kein Update gemacht. Ich bleibe bei dieser stabilen Version, bin auch äußerst zufrieden, läuft flüssig bei mir, macht keine Probleme. Und deswegen ist das immer mein Standards-System, also sozusagen mein Host-System. Viele fragen mich, welches Linux ich für Anfänger empfehlen würde. Wenn man einigermaßen einen leistungsstarken Rechner hat, dann würde ich auf jeden Fall Ubuntu, allein schon wegen der Software-Center, empfehlen. Aber Mint ist auch ein sehr, sehr ausgereiftes System und hat auch die ganzen Treiber, zum Beispiel für MPEG-30s oder Videocodex, sind mit schon dabei, die ihr nicht extra installieren müsst. Und wir schauen uns jetzt mal die Oberfläche an und erstmal gucken wir mal, was hier ist ein Terminal hier unten, wie ihr sehen könnt. Und hier haben wir auch so ein Menü, ähnlich wie unter Windows 7 noch. Und das ist natürlich für Umsteiger von Windows, also die Windows-Welt nur kennen und mal Linux ausprobieren möchten oder sogar direkt auf Linux wechseln möchten, eine gute Alternative. Also da kann man mal reinschauen. Und wir fangen jetzt mal einfach systematisch an. Wir haben jetzt schon mal den Start-Button hier offen. Und schauen mal hier einfach runter. Alle Anwendungen, das wäre ein wenig unübersichtlich. Wir gehen mal auf Büroanwendungen, dann haben wir den Dokumentenviewer. LibreOffice, das ist schon mit vorinstalliert, weil es ja eben, es gibt Linux-Distributionen, da das nicht so ist. Da ist dieses Abi-Wort drauf, das ist so eine abgespeckte Version von LibreOffice, reicht aber im privaten Umfeld natürlich auch aus. Dieses LibreOffice, wenn man sich da mal ein bisschen eingearbeitet hat nach einer steilen Lernkurve, kann es nicht weniger wie das normale Microsoft Office. Natürlich ist es im Business-Bereich nicht so verbreitet. Das ist ja immer, sage ich mal, der einzigste Haken beim Umstieg, dass viele eben LibreOffice nicht kennen. Denn LibreOffice läuft auch, die meisten Applikationen, die ihr seht, sind Open Source und laufen auch unter Windows. Das heißt, es gibt hin und wieder auch Leute, die eben sich das Office-Paket von Microsoft nicht kaufen und das LibreOffice unter Windows installiert haben. Und da ist dieser Datentausch zwischen solchen Leuten überhaupt kein Problem. Oder man installiert direkt bei jemandem LibreOffice kostenlos aus dem Internet runter und hat trotzdem die Möglichkeit, Dokumenten zu bearbeiten, zu ändern. Wobei, hier unter LibreOffice hat man auch die Möglichkeit, Word-kompatible Dateien abzuspeichern. Das heißt, so dass man es mit Microsoft Office auch öffnen kann. Das mal jetzt ein wenig ausgedehnt zu LibreOffice. Ich bin davon begeistert. Ich habe das sogar auf meinem Windows-Rechner und auf meinem Apple-Rechner. Denn es ist kostenlos und es kann wirklich viel. Und es ist für den privaten Bereich absolut ausreichend. Gehen wir mal zu den Einstellungen. Hier haben wir Aktualisierungsverwaltung. Das geht wahrscheinlicherweise um das Betriebssystem. Ähnliches haben wir auch unter Ubuntu. Wenn man eben sein eigenes Betriebssystem aktualisieren möchte, ist dieser Button wichtig. Anmeldefengster ist, glaube ich, selbsterklärend. AP-Ton-CD. Ich denke, das ist ein Brenner. Audio, Audio zu hören, Barrierefreiheit. Das ist eben so ein bisschen Eingabehilfe oder Hilfe, um eben sein Betriebssystem besser zu bedienen. Auch für behinderte oder leichtbehinderte Menschen, sage ich mal, vielleicht eine Erleichterung. Benutzerkonten. Da kann man hier eben mehrere Benutzer anlegen. Bluetooth. Da sage ich jetzt nichts dazu. Das denke ich mal, ist euch klar. Datensicherungswerkzeug. So viel ich weiß, hat Ubuntu ein eigenes Backup-Lösung. Das heißt, ihr könnt nicht so komfortabel wie unter Apple und, wie hieß es nochmal, Time Machine, sondern genau, ein bisschen einfacher gestrickt. Wir können es nochmal öffnen. So sieht es nämlich aus. Und hier können wir uns auf eine externe Festplatte oder auf eine zweite Portion der Festplatte, ja, hier seht ihr die verschiedenen Punkte, kann man sich eben, ja, wir scrollen mal rein, kann man sich da ein Backup hinterlegen. Ich schließe das auch. Dass das jetzt alles auf Englisch ist, das darf euch nicht irritieren, denn es ist ja nicht installiert. Es ist nur eine Schnupperwurst, also ich habe es gerade nur gebootet. Wenn ihr es installiert, dann könnt ihr natürlich die Sprache auswählen und danach sind die Applikationen auch auf Deutsch. Desktop-Sharing. Ich denke mal, das ist auch selbsterklärend. Disk. Das werden die eingebauten Festplatten sein. Eingabenmethode, wahrscheinlich eben Tastatur, welches Kastatur-Layout. Da kann man sogar eine Firewall konfigurieren, die mit dabei ist. G-Parted ist ja ein sehr mächtiges Programm, auch für Festplatten-Partitionierung und diverse andere Dienste. Ist also schon mit auch dabei, muss man nicht separat installieren. Hier haben wir ein Web-Control-Panel, Internetadressensperren, also auch ideal, wenn man gerade eben Kiddies hat, die man mit Linux Mint ausstattet, kann man hier schon gewisse Regeln hinterlegen. Und wenn dann eben wir unseren Sohn oder Tochter einfach keine Admin-Rechte geben, dann kann er hier auch das nicht mehr rausnehmen. Finde ich nicht schlecht. Finde ich gut. Und Leistung. Ja, Linux Mint installieren. Das wäre das, wenn ich es tun würde. Mache ich aber nicht. Monitore, Network Control, Netzwerk, Passwort in Keys und wir schauen uns jetzt, wir scannen jetzt einfach mal runter, Software-Score, Software-Verwaltung, Paket-Verwaltung, also da können wir unsere Software installieren, Treiber-Verwaltung und diverse andere Dinge. Hier können wir auch unser WLAN einstellen, Upload-Manager. Ihr seht einfach, dass im Vorfeld schon unter Einstellungen fast an alles gedacht worden ist, was das Computerherz oder IT-Herz so alles erwartet. Gehen wir mal unter Grafik. Hier haben wir G-Tump oder G-Tump oder wie es auch ausgesprochen wird, ist eine Art Bildbetrachter, Bildorganisator. Finde ich gut. Hatte ich, glaube ich, auch mal auf meinem Kanal vorgestellt. Gimp-Image-Editor. Sag, glaube ich, alles wieder mal, Dokumenten-Viewer, Libre-Office, da kann man eben auch zeichnen und simpel scannen. Wir können mal diesen Gimp-Editor mal öffnen, weil so wirklich sagen tut es mir nicht. Doch, es ist Gimp. Es ist Gimp in der neuesten Version. Mir gefällt Gimp sehr gut. Habe mich da schon eingearbeitet. Und wenn man sich da eben dies antut, dass man einfach mal sagt, ja gut, ich lerne Gimp. Wie gesagt, hier ist auch wieder alles auf Englisch. Bitte hier nicht irritieren werden, denn wenn ihr es installiert, ist das dann natürlich auf Deutsch. Wenn ihr euch das hier, diese Werkzeuge hier mal eben einfach anlernen tut und hier die Einstellungen werden dann euch nicht mehr so kompliziert vorkommen. Und hier die Werkzeuge und Ebenen. Ich meine, natürlich ist es am Anfang schwierig, was Neues zu lernen, aber es lohnt sich, denn Gimp ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Und da kann man sehr viele Sachen erledigen und muss nicht dieses teure Photoshop kaufen. Aber wenn ihr Photoshop habt, dann würdet ihr natürlich auch nicht Gimp wollen. Das muss man auch dazu sagen. Desktop-Sharing nochmal, Firefox-Web-Browser. Schauen wir mal, welcher Browser denn hier vorinstalliert ist, was nicht jetzt wirklich ausschlaggebend ist. Denn wenn ihr Mint installiert habt und dann eben eine Aktualisierung durchführt, wird auch der Browser hier aktualisiert. Über Firefox schauen wir mal, das ist die Version 20, wie ihr sehen könnt. Und dann haben wir das auch getan. Das ist so das Standard-Browser, auch unter Mint, auch unter Ubuntu. Und ist ja kein schlechter. Hier haben wir den Pitkin Internet Messenger. Thunderbird, das ist mein Lieblings-E-Mail-Programm, weil man es auch mit Kalender und diversen anderen Tools noch ausbauen kann. Finde ich eigentlich ziemlich cool und verwende ich jetzt eigentlich auch außer unter Apple, MacOS, überall. So, da haben wir noch Chat, ERC, wer das noch nutzt. Dann haben wir hier nochmal eben Mediensammlung-Wiedergabe. Das benutze ich auch unter Ubuntu, wenn ihr eure MPEG-3s oder so eben anhören möchtet. Ähnlich wie iTunes, nur ähnlich. Also nicht wirklich die gleiche Kopie, sondern ähnlich Funktionalität. Hier haben wir ein Brennprogramm. Benutze ich auch unter Ubuntu. Ist hier bei Linux-Mint gleich mit installiert. Ein Video-Viewer, VLC-Media-Player, der ja alles abspielt. Habe ich auch separat zum Beispiel jetzt unter Ubuntu installieren müssen. Ist unter Linux-Mint gleich mit dabei. So, Systemverwaltung. Da haben wir also so ähnlich wie unter Einstellungen. Das haben wir alle schon mal durchgehabt. Systemwerkzeuge. Ja, hier haben wir nochmal einen Paketverwalter. Das ist vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Hier haben wir einen Systemmonitor. Kann ich mal aufmachen. Da sehen wir eben die Prozesse, Ressourcen. Ja, ähnlich wie unter Ubuntu. Wir schauen mal hier bei mir. Unter Ubuntu. Das ist jetzt vom Host nicht verwechseln. Das ist von meinem Host und das ist von Mint. Also das ist von Ubuntu hier. Und das ist von Mint. Und wie ihr sehen könnt, ist das alles das Gleiche. Also sieht ziemlich gleich aus. Hier unten haben wir eben meinen Hauptrechner. Und hier ist eine CPU hinterlegt. Und der läuft komischerweise auch bei 100%. Hm, woran das liegt? Keine Ahnung. Aber ist auch nicht so wichtig. So, das schließen wir hier nochmal. Und auch den Systemmonitor. Gehen wir weiter. Wo waren wir denn stehen geblieben? Unter Systemwerkzeug, das Systemmodus, Systemeinstellungen. Diese größten Punkte haben wir ja schon mal durch. Zubehör. Da haben wir diese Tomboy-Notizen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich zeige es mal. Das sind diese, ja, Postgrips. Kleine Postgrips. Oder? Ja. Doch nicht, oder? Ja, sieht so ähnlich aus. Ist es aber nicht. Da habe ich mich getäuscht. Wie gesagt, ich habe Linux Mint nicht wirklich benutzt. Weiß aber, dass es beliebt ist. Also es wird nicht umsonst beliebt sein. Hier haben wir nochmal Zubehör, Kalkulator. Genau, also besonders für Kiddies oder Schüler, die viele auch für die Schule machen müssen. Finde ich das nicht schlecht. Und ist auch mit dabei. Ist bei den meisten Betriebssystemen dabei. Screenshots kann auch nicht ganz unwichtig sein, wenn man irgendwas dokumentieren möchte. Da ist dieses Werkzeug auch schon mit dabei. Orte, eben hier haben wir nochmal die Ordnerstruktur, die man eben hier hinterlegt hat. Und die zuletzt verwendeten Dateien. Hier links sehen wir noch, also so eine Art Schnellleiste. Mit der Maus fahre ich gerade hier rüber. Oben haben wir eben den Firefox-Projekt-Browser. Softwareverteilung. Äh, Softwareverwaltung. Softwareverwaltung ist es nicht. Es ist eine Softwareverwaltung. Und hier Systemeinstellungen. Also das sind wirklich wichtige Punkte, wo man eben relativ schnell hinnavigieren kann. Hier euer Chat-Funktion. Ich bin mir auch sicher, dass man die dann im Nachhinein noch, wie man sie so anpackt mit der Maus, auch noch austauschen kann. Hier nochmal unser Terminal. Hier können wir nochmal gucken. Was denn hier alles drin ist. Das ist ein Linux-Mint-Kernel-3.80-19-Ubuntu. Schauen wir mal weiter. GNU-Linux. Ja. Das, äh, ist eigentlich diese Version, die jetzt da gedownloadet ist. Ich werde unter diesem Video einen, äh, Link noch eben hinterlegen, wo ihr Linux-Mint als ISO-Datei runterladen könnt und auch in einer virtuellen Umgebung vielleicht mal installiert oder einfach ausprobiert. Ich bin der Meinung, dass Linux-Mint sogar teilweise zum Umsteigen von Windows auf Linux eher geeignet ist wie Ubuntu. Also ich habe ja hier links diese Leiste, wie ihr sehen könnt, bei meinem Host-System. Und ihr habt unter Linux-Mint eben schön diesen Start-Button, wie unter Windows XP oder Windows 7, auch hier unten die Leiste. Und ich denke, beim Umsteigen ist das die einfache Variante, wenn man einigermaßen, äh, ja, ähnliche Umgebungen hat wie unter Windows. Hier heißt auch der Desktop immer noch Desktop und das kann durchaus eben Vorteile gerade für Umsteiger haben, dass die Bezeichnungen auch gleich heißen. Jetzt unter Ubuntu heißt der Desktop nicht mehr Desktop, sondern Schreibtisch auf Deutsch, was natürlich eigentlich auch kein, ähm, Problem darstellen sollte. Das mal zu Linux-Mint. Ich hoffe, ihr habt nochmal so einen Eindruck bekommen, vielleicht auch Lust, es mal auszuprobieren. Ich finde es nicht schlecht. Meine Empfehlung für Umsteiger, ganz klar, weil es eben im Vorfeld schon sehr viele, ja, so Treiber mit sich bringt und auch, äh, ja, Codecs, sei es eben DVDs oder wie, äh, MPEG-3s oder andere Sound-Formate ist eigentlich alles schon mit reingepackt. Müsst ihr nicht extra noch installieren. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.